Musik Das KAMS Franchise System bietet zwei erfolgreiche Konzepte. Die klassische Bäckerei und die innovative Backstube. In Nordrhein-Westfalen zählt KAMS mehr als 400 Bäckereien und national über 65 Backstuben, die alle von Franchise-Partnern betrieben werden. Die klassische KAMS Bäckerei steht für den etablierten Nahversorger mit vielfältigem und qualitativ hochwertigem Sortiment. Die klassischen Bäckereien sind unser traditionelles Konzept, haben ihren Ursprung in Nordrhein-Westfalen. Die Bäckereien werden täglich aus der Handwerksbäckerei in Schwalmtal mit fertigen Produkten beliefert. Zusätzlich wird in den Bäckereien noch viel selber gebacken. Und ja, die klassische Bäckerei bietet einfach einem potenziellen Franchise-Partner einen einfachen, kostengünstigen Einstieg, den Traum der Selbstständigkeit zu verwirklichen. Sandra Eifinger hat sich für eine Franchise-Partnerschaft im klassischen Bäckereisystem entschieden und leitet seither ihre eigene Bäckerei in Krefeld. Das Besondere an unserer Bäckerei ist der gute Standort in einem Supermarkt. Wir profitieren von der hohen Kundenfrequenz und von der Laufkundschaft. Tolga Öztürk übernahm kürzlich bereits seine zweite Bäckerei und ist überzeugt vom System der Bäckerei. An einer klassischen Bäckerei gefällt mir, dass ich täglich meine Backwaren frisch aus unserer Handwerksbäckerei bekomme. Unter anderem unsere Brote oder die Feinbackartikel, unsere Teilchen. Den restlichen Teil, den backen wir dann vor Ort in unseren Bäckereien frisch. Auch das Kams Backstuben-Konzept gewinnt in Deutschland enormen Zuspruch. Die Kams Backstuben stehen für einzigartige Frische, erlebbare Handwerklichkeit und Qualität in Premiumlagen. Holger Schulz ist mit seiner Entscheidung, vor einigen Jahren eine der ersten Backstuben in Deutschland zu eröffnen, mehr als zufrieden. Das Besondere an der Backstube ist, wir backen hier alles vor Ort frisch und können hier zeitnah und sofort reagieren, dass wir fortlaufend den ganzen Tag über frische Backwaren herstellen und dem Kunden anbieten können. Oder halt auch wir am Sonntag, wir backen hier frisches Brot am Sonntag. Und das merkt der Kunde, der also natürlich hier bei uns einkaufen kommt und kommt auch deswegen sehr gerne, weil er eben weiß, hier gibt es fortlaufend frische Backwaren. Alle Kams Bäckereien erhalten ihre frisch gefertigten Backwaren täglich aus der Handwerksbäckerei in Schweimtal am Niederrhein. Von hier kommen auch die hochwertigen Teiglinge für Produkte, die direkt in den Kams Bäckereien und Backstuben gebacken werden. Hier werden Brot, Brötchen und Backwaren mit traditionellem Bäckerwissen von ausgebildeten Bäckern handwerklich gefertigt. Jeden Tag frisch und aus besten Zutaten. Ja, der gute Geschmack kommt natürlich von den guten Rohstoffen, die wir verwenden. Das heißt, die gute deutsche Butter, die wir einsetzen, Marzipan, Edelmarzipan, belgische Schokolade. Wir setzen unseren Sauerteig selber ein, einen mehrstufigen Sauer, der über 18 Stunden arbeiten kann. Dementsprechend sind das die Geschmackskomponenten. Das Geheimnis letztendlich von gutem Geschmack, das ist die Herkömmlichkeit. Gute Rohstoffe einzusetzen, diese dann gepaart mit handwerklicher Kunst, das macht den guten Geschmack aus. Qualität, die man schmeckt. Das oberste Gebot für Kams und seine Mitarbeiter. Aber neben der herausragenden Produktqualität spielt bei der Backstube sowie bei der Bäckerei die ideale Standortauswahl eine große Rolle. So fokussiert sich Kams in beiden Konzepten vorzugsweise auf 1A-Lagen mit hoher Kundenfrequenz. Wir klassifizieren unsere Standorte in vier Klassen. Klasse 1 sind unsere Shoppingcenter, sowohl große als auch kleine Shoppingcenter. Zwei sind Verkehrsstandorte, Bahnen und Flughäfen. Drei sind Vorkassenzonen, das heißt unsere Standorte zusammen mit unseren Supermarktpartnern wie Real oder Rewe. Und vier sind eine größere Gruppe von uns Freeständer. Das sind sowohl Standorte mitten in der Innenstadt als auch in Stadtrandlagen. Für welches Konzept Sie sich auch als Franchise-Partner interessieren, mit der Marke Kams werden Sie Teil eines etablierten Systems mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. www.kams.de 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 Vielen Dank.